TRIAD TV TRIAD TV Hallo zusammen, hier sind wir wieder von TRIAD TV, jetzt mit Marc Goßens. Hallo Marc, schön, dich hier zu haben. Danke, danke. Wie war dein erstes Rennen heute? Es war nicht gut. Wir haben 7-Jährigen gewonnen. Wir haben in der Free-Praktizierung gearbeitet. Und dann in der Qualifikation habe ich es geschafft, auf P10. Und im Super-Pol habe ich P7 geschafft. Ich dachte, ich hatte ein guter Rhythm. Wir hatten ein paar Safety-Cars. Aber all in all, ich denke, wir hatten ein ziemlich guter Progres. Und dann in einem der Restart, es gab ein paar Chaos in fronten mir. Und ich ging durch 4-4 und 5 mit Fred Gabillon. Wir hatten beide die gleiche Geschwindigkeit. Wir hatten viel Respekt für uns. Aber als ich versucht, meine Nose auszunehmen, und ich habe ihn geschehen. Ich habe ein paar Hilfe von hinterher. So, unfortunately, wir kollieden und ihn in der Wallen. Und es verletzte meine Rennen und meine Fahrzeuge. Also, es war nicht ein guter Start für den Weekend. Du hast noch eine gewisse Saison so weit. In jeder Rennen. Ja. Ich meine, es gab eine Rennen-Incidents. Es ist etwas anderes. Aber vor dem, in Valencia, wir hatten wir eine gearbox, die in Brands Hatch, wir hatten eine Suspension failure. Und nach dem, wir hatten ein Chassis, das wurde broken. So, Glück hat es nicht auf unserer Seite. Nichts wie Speedhouse kann nichts tun. Aber es sind einfach Dinge, die passieren. Und ich muss sagen, das Team ist ein viel Erfolg in die Fahrzeuge zurück. So, ein großes Dank für sie, dass wir uns hier rauskommen. So, was können wir von Ihnen für morgen erwarten? Ja. Es ist alles auf die Laptime, die wir in der ersten Rennen haben, um zu sehen, wo wir morgen anfangen können. Aber ich bin nicht sehr hoffend, dass wir in den zwei zwei Rennen sein. Die Speed war nicht in der Rennen. Wir waren einfach zu viel für die Position. Aber es ist noch eine Rennen, und es ist eine lange Rennen. Es gibt viel Hecht, und wir sehen viele Menschen, die zufrieden. So, wenn es eine lange Rennen ist, dann hoffentlich, wir können wir nach vorne ein bisschen. Ist die Rennen ein Problem für Sie? Oder ist es okay? Ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen besser. Das Jahr, zwei Jahre, ich war hier viel mit der Heat. Aber es scheint, es ist besser jetzt. Es ist wahrscheinlich wie ein guter Wien. Wenn es älter wird, es wird besser, und es wird mehr used zu werden. Okay. So, danke für Ihre Zeit, und guten Glück für morgen. Danke, ich freue mich. Danke, Danke.